IP ist das Protokoll der Paketvermittlung und IP-Adressen sind die Grundlage dafür. Wie Adressen aufgebaut sind, was es für Arten von Adressen gibt, wie man Adressbereiche formell beschreibt und wie Endhosts Adressen zugewiesen werden, wird in diesem Video erläutert. Schauen wir uns zunächst den Aufbau von IPv4-Adressen an. In IPv4 sind Adressen 32-Bit lang und im Prinzip ist damit jede Adresse eine einfache 32-Bit-Zahl. Um diese Adressen für Menschen lesbarer darzustellen, sie einfacher merkbar zu machen und sie auch einfacher in Eingabemasken eingeben zu können, gibt es die sogenannte Quad-Dotted Decimal Notation, die wahrscheinlich vielen bekannt ist. Die 32-Bit-Zahl wird dabei in vier 8-Bit-Einheiten zerlegt und diese werden als Dezimalzahl dargestellt. Da jede Dezimalzahl den Wert einer 8-Bit-Zahl darstellt, können nur Werte zwischen 0 und 255 vorkommen. Zum Schluss wird jede Zahl durch einen Punkt visuell abgetrennt. Hier im Beispiel sieht man die IPv4-Adresse 192.0.2.20 und darunter die in 8-Bit-Blöcke aufgeteilte 32-Bit-Darstellung. Diese einfachen 32-Bit-Zahl sieht man es alleine nicht an, aber IP-Adressen haben im Grunde zwei Bestandteile. Der vordere Teil der IP-Adresse identifiziert ein Teilnetzwerk, auch Subnetz genannt. Der hintere Teil identifiziert einen Host innerhalb dieses Subnetzwerkes eindeutig. Die Länge des Netzteils ist dabei nicht bei jeder Adresse gleich oder implizit oder gar als Teil der Adresse kodiert, sondern muss separat angegeben werden. Dazu gibt es zwei Schreibweisen. Zum einen kann man eine Netzwerkmaske mit angeben oder man gibt die Präfixlänge mit an. Mit dieser Angabe wird die Anzahl der Bits für den Netzteil spezifiziert. Die Anzahl der Bits für den Hostteil ergibt sich daraus, denn es sind die verbleibenden Bits der 32-Bit-langen Adresse. Hier in der Tabelle sieht man einige Beispiele angegeben. Ganz links sieht man ein paar IP-Adressen. Wie schon gesagt, sieht man der Adresse alleine die Länge des Netzteils nicht an. In der folgenden Spalte sieht man mögliche Subnetzmasken. Bei der ersten Zeile ist dies 255, 255, 255, 0. Auch die Subnetzmaske ist in der Quad-Dotted Decimal Notation geschrieben. Die Subnetzmaske ist aber zwingend im Binären eine Anzahl von Einsen, gefolgt von einer Anzahl an Nullen. Die Folge von Einsen gibt an, wie viele Bits der Adresse zum Netzwerkteil gehören. Die gerade erwähnte Netzwerkmaske 255, 255, 255, 0 hat die ersten 24-Bit gesetzt. Das heißt, die ersten 24-Bit der Adresse entsprechen dem Netzteil. Die verbleibenden 8-Bit entsprechen dem Hostteil. In der Zeile darunter sieht man leicht, dass die ersten 16-Bit gesetzt sind, da diese wieder den Wert 255 haben. Beim Wert 240 muss man eventuell kurz grübeln oder den Wert in eine Binärzahl umwandeln, um zu sehen, dass die ersten 4-Bit dieser 8-Bit-Zahl gesetzt sind. Das heißt, insgesamt sind die ersten 20-Bit gesetzt und damit identifizieren hier die ersten 20-Bit den Netzteil. Offensichtlich ist die Netzwerkmaske nicht die komfortabelste Art, die Länge des Netzteils einer IP-Adresse auszudrücken. Die Alternative hierzu ist wesentlich einfacher, denn bei der Angabe einer Präfixlänge wird nach der IP-Adresse ein Slash angefügt und die Länge des Netzteils einfach als Zahl angehängt. Das heißt, die Netzwerkmaske 255, 192, 0.0 entspricht der Präfixlänge 10. Beide drücken aber das gleiche aus. Wir hatten Subnetzwerk als Begriff schon kurz angesprochen. Hier definieren wir, was ein Subnetzwerk ist. In einem Subnetzwerk haben die Adressen aller Netzwerkschnittstellen den gleichen Netzteil und unterscheiden sich nur im Hausteil. Ein weiteres Merkmal eines Subnetzes ist, dass sich Netzwerkschnittstellen Pakete zustellen können, ohne dass diese einen Router passieren müssen. Typischerweise übernehmen Switche hier die Verbindung der Netzwerkschnittstellen. Zu der Funktion von Switchen aber in einem späteren Video mehr. Eine Funktion, die in Subnetzen aber nicht über Subnetzgrenzen hinweg funktioniert, ist der Broadcast. Das heißt, man kann ein Paket verschicken, das an alle Teilnehmer eines Subnetzwerkes ausgeliefert wird. Router leiten solche Broadcast-Pakete nicht weiter. Würden sie es tun, dann könnte man ein Paket erzeugen, das an alle Teilnehmer im Internet ausgeliefert wird. Man kann sich gut vorstellen, dass eine solche Funktion katastrophale Auswirkungen auf das Netzwerk haben würden. Wir werden noch sehen, dass dieser Broadcast-Mechanismus für eine Reihe von Protokollen wichtig ist, damit sie funktionieren. Subnetzwerke verbindet man zu größeren Netzwerken, indem man sie durch Router verbindet. Wie diese Router sich austauschen, damit diese Pakete zwischen Subnetzen vermitteln können, erfahren wir aber auch erst später. Der Adressbereich eines Subnetzes wird in der Präfixnotation erfasst, wie sie hier abgebildet ist. Hier im Beispiel ist der Adressbereich 192.168.0.0.16. Damit sind die ersten 16-Bit der Netzteil. Wenn man mit einem Präfix das Netzwerk selbst meint, dann müssen alle Bits im Hostteil 0 sein, wie es hier im Beispiel der Fall ist. Rein rechnerisch stehen in einem Slash 16 zwei hoch 16 IP-Adressen zur Verfügung. Davon muss man aber immer zwei Adressen abziehen, die an keinen Host im Subnetz vergeben werden dürfen. Das ist zum einen der Host, bei dem alle Bits im Hostteil 0 sind, denn wie wir gerade gesehen haben, ist damit das Netz selbst gemeint. In Weiterleitungstabellen stehen solche Einträge zum Beispiel. Auch wenn jedes Bit im Hostteil eine 1 ist, hat dies eine spezielle Bedeutung und darf als Adresse an keinen Host vergeben werden, denn diese Adresse ist für den Broadcast im Subnetz reserviert. Es gibt allerdings noch eine weitere allgemeinere Broadcast-Adresse und das ist die Adresse, bei der alle Bits gesetzt sind, also die 255, 255, 255, 255. Ganz allgemein ausgedrückt ist die Anzahl der in einem Subnetz nutzbaren Adressen 2 hoch 32 minus die Präfixlänge minus 2. Schauen wir uns ein Beispiel IP-Präfix an. Hier abgebildet ist die 192.0.2.0.24. Der Vollständigkeit halber ist auch die binäre Schreibweise dieses Präfixes angegeben. Die ersten 24 Bit sind der Netzwerkteil, der einem zugewiesen wurde. Selbst vergeben darf man damit nur die letzten 8 Bit. Damit haben wir 2 hoch 8 mögliche Adressen, also 256 mögliche Adressen, wovon wir die erste und die letzte aus gerade genannten Gründen abziehen müssen. Bleiben 254 Adressen, die vergeben werden dürfen. Exemplarisch sind davon einige hier abgebildet. Im farbigen Kasten stehen dazu die letzten 8 Bit nochmal als Binärzahl. Hier abgebildet ist ein kleines Netzwerk. Es besteht aus einer Anzahl an Endhosts und einigen Routern. Da es um Subnetzwerke geht, ist die erste Frage, wie viele Subnetzwerke gibt es hier? Halten Sie das Video kurz an und überlegen Sie selbst, wie viele Subnetze hier abgebildet sind. Wenn wir uns die Hosts anschauen, dann fällt auf, dass die linken Hosts in einem Subnetz sind. Sie haben alle den gleichen Netzteil und können sich erreichen, ohne dass Pakete durch einen Router geleitet werden müssten. Auch die linke Schnittstelle des linken Routers mit der IP-Adresse 20.0.0.1 befindet sich in diesem Subnetzwerk. Die Verbindung hier in der Mitte wird heutzutage typischerweise durch einen Switch realisiert. Da dies hier aber nicht von Bedeutung ist, wurde dieser weggelassen. Für die beiden Hosts ganz unten gilt das Gleiche, sowie für die drei Hosts rechts und die beiden Hosts ganz oben und die jeweiligen Router. Das wären zusammen vier Subnetze. Alle Subnetze hier sind übrigens Slash24er, das heißt, es können bis zu 254 Hosts in diesen Subnetzen unterkommen. Schauen wir uns die Router nochmal genauer an. Auch diese bilden untereinander Subnetze, denn die Definition ist auch hier anwendbar. Die Router-Schnittstellen haben IP-Adressen, die den gleichen Netzteil haben und können sich erreichen, ohne einen Router passieren zu müssen, da diese direkt miteinander verbunden sind. Die Präfixlänge hier ist jeweils 1-30, da hier vier mögliche Adressen existieren, wovon wieder zwei abgezogen werden müssen, das heißt, es verbleiben zwei nutzbare Adressen, was für zwei Router gerade genug ist. Hier fällt auf, dass allerdings 50% aller möglichen Adressen ungenutzt bleiben. Was recht verschwenderisch erscheint. Daher gibt es in der Tat auch einen Standard, der bei solchen Punkt-zu-Punkt-Links auch einen Slash31 erlaubt. Insgesamt haben wir somit sieben Subnetzwerke in diesem Netzwerk. Ein Großteil der IPv4-Adressen ist für den regulären Gebrauch im globalen Internet bestimmt. Es gibt aber Adressen, die spezielle Funktionen haben. Einige davon sind hier abgebildet. So gibt es zum Beispiel Adressbereiche, die nur für die Dokumentation bestimmt sind. Einen davon haben wir gerade schon gesehen. Es gibt auch Adressbereiche, die jeder in seinem privaten Netz benutzen darf, aber global nicht geroutet werden können. Die beiden am häufigsten benutzten Bereiche finden sich hier in der Liste. Zum einen der sehr große 10.0.0.0.0-8-Adressbereich und der ebenfalls viel genutzte 192.168.0.0.0-16-Bereich. Wofür diese Adressen praktisch eingesetzt werden, wird in einem späteren Video noch erläutert. Diese Liste ist nicht vollständig und es soll an dieser Stelle nicht auf alle Bereiche eingegangen werden. An dieser Stelle nur so viel. Nicht alle IP-Adressen sind gleich und nicht jede Adresse kann für jeden Zweck eingesetzt werden. Jetzt, da IP-Adressen und Subnetze bekannt sind, stellt sich die Frage, wie Hosts an eine IP-Adresse kommen. Offensichtlich muss dafür der IP-Präfix des Subnetzes bekannt sein und der Host-Teil der IP-Adresse darf im Subnetz noch nicht vergeben sein. Man kann natürlich die Adresse eines Endsystems manuell konfigurieren. Jedes Betriebssystem erlaubt die manuelle Vergabe und stellt entsprechende Einstellungen und Eingabemasken bereit. Ein Host braucht aber weit mehr als nur eine IP-Adresse und die Subnetz-Maske, um am Netzwerk teilnehmen zu können. Zum Beispiel sollte ein rekursiver DNS-Server bekannt sein, den der Host nutzen kann. Auch die IP-Adresse des sogenannten Default-Gateways muss bekannt sein. Das ist der Router, der das Subnetz mit dem Rest des Internets verbindet. Und so gibt es eine Reihe von Informationen neben der IP-Adresse, die ebenfalls konfiguriert werden müssen. Das alles manuell eingeben zu müssen, ist nicht nur nervig, sondern auch fehleranfällig. So kann es schnell passieren, dass zum Beispiel die IP-Adresse falsch eingegeben wird. Auch muss dafür gesorgt werden, dass die IP-Adresse noch nicht in Benutzung ist. Das heißt, man muss die Adressvergabe auch manuell verwalten. Wenn das alles nicht schon schmerzlich genug wäre, kann man mit der manuellen Konfiguration nur schwerlich einen typischen Anwendungsfall abbilden, und das sind mobile Nutzer. Mobile Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones wechseln häufiger das Zugangsnetz. So ist man morgens eventuell noch im heimischen WLAN, dann aber später an der Hochschule und zwischendurch noch im Café. Müsste man jedes Mal die Konfiguration erfragen und dann manuell eingeben, wäre das maximal nutzerunfreundlich. Besser wäre es, ein Protokoll zu haben, das einen Client automatisch konfiguriert, sobald dieser dem Netz beitritt. Und dieses Protokoll nennt sich Dynamic Host Configuration Protocol, kurz DHCP. Mit Hilfe von DHCP kann ein Host automatisch Konfigurationsinformationen wie zum Beispiel die IP-Adresse beziehen. Wenn alles funktioniert, ohne dass man als Nutzer etwas einstellen muss oder in Gang setzen muss, dann spricht man auch von Plug-and-Play. Und DHCP fällt in diese Kategorie. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt am Beispiel an. Hier im Beispiel tritt ein Endsystem dem Netz unkonfiguriert und ohne Vorkenntnisse über das Netz bei. Der Host ist hier ein DHCP-Client. Da dieser nicht weiß, welche IP-Adresse der DHCP-Server hat, der Konfigurationsparameter liefern kann, wird eine Broadcast-Nachricht an alle im Subnetz geschickt. Da der Client den IP-Präfix des Netzes nicht kennt, muss er die 255er, 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 255er Broadcast-Adresse dafür nutzen. Diese initiale Anfrage des Clients nennt man DHCP-Discover. Der DHCP-Server, der im gleichen Subnetz auf diese Broadcast-Nachrichten wartet, empfängt die Nachricht wie andere Teilnehmer im Subnetzwerk auch. Aber nur der DHCP-Server antwortet und bietet dem Client in einer DHCP-Offer genannten Nachricht Parameter zur Konfiguration an. Der Client muss diese Konfiguration noch annehmen, bevor er sie nutzen darf. Dazu schickt er die sogenannte DHCP-Request-Nachricht. Wenn der Server diese Nachricht erhält, kann er die IP-Adresse für den Host reservieren. Das heißt, bei weiteren DHCP-Requests müssen andere IP-Adressen vergeben werden. Er bestätigt die Vergabe mit dem DHCP-Eck. Sobald dieses beim Client ankommt, darf die angebotene IP-Adresse auch wirklich verwendet werden. DHCP vergibt aber auch die anderen Konfigurationsparameter, die zuvor erwähnt wurden. Diese haben aber den Vorteil, dass sie für alle Hosts wahrscheinlich gleich sind und nicht reserviert werden müssen. Schauen wir uns den Ablauf von DHCP in etwas mehr Detail an. Zunächst gilt es festzuhalten, dass DHCP über UDP verschickt wird. Das heißt, DHCP ist im Grunde ein Protokoll der Anwendungsschicht. Der Server-Port beträgt dabei 67 und der Client nutzt Port 68. Jetzt hat der Client aber noch keine IP-Adresse angeboten bekommen und kennt den DHCP-Server auch noch nicht. Das heißt, die initiale DHCP-Anfrage, der DHCP-Request, wird an die allgemeine Broadcast-Adresse geschickt. Als eigene Adresse wird die 0.0.0.0.0 verwendet, die für diesen Zweck reserviert ist. Da die IP-Adressen von verschiedenen Clients in dieser Phase gleich sind, wird die MAC-Adresse für die Identifizierung verwendet. MAC-Adressen sind Adressen der Sicherungsschicht, mit denen wir uns in einem späteren Video noch beschäftigen werden. In der DHCP-Nachricht stehen verschiedene Informationen. Den Aufbau der Nachricht schauen wir uns im Detail aber nicht an, sondern beschränken uns an dieser Stelle auf die wichtigsten Informationen. Es gibt zum Beispiel ein Feld, das Your IP-Adress heißt. Hier wird die vergebene IP-Adresse eingetragen. Auch die Server-IP-Adresse wird in der DHCP-Nachricht eingetragen. Eine Transaktionsnummer wird auch vergeben und diese bleibt bei allen Paketen eines DHCP-Vorgangs gleich. Der Server vergibt Adressen typischerweise nur für einen bestimmten Zeitraum, die sogenannte Lease-Time. Sollte der Client die IP-Adresse länger brauchen, dann kann er die Lease vor Ablauf via DHCP aber auch verlängern. Bei Servern, die per DHCP konfiguriert werden, kann man IP-Adressen aber auch permanent vergeben. Hier im Beispiel sieht man, dass der Server sofort anfängt, die zu vergebene IP-Adresse als Zieladresse zu nutzen. Hier kann alternativ aber auch die Broadcast-Adresse genutzt werden. Der Client jedoch nutzt diese Adresse erst, sobald das DHCP-Eck angekommen ist. Wie schon erwähnt, schickt DHCP eine Vielzahl an Konfigurationsparametern, die der Client benötigt. Der Client kann aber auch bestimmte Parameter proaktiv beim Server anfragen. Zusammenfassend. IP-V4-Adressen bestehen aus einem Netzteil und einem Haustteil. Der Netzteil ist dabei zugewiesen und der Haustteil kann beliebig vergeben werden. Die Länge des Netzteils sieht man einer Adresse aber nicht an. Sie muss explizit mitgeteilt werden. Dies geschieht entweder als Subnetzmaske, einer 32-Bit-Maske, die durch eine Folge von Einsen anzeigt, wie lang der Netzteil ist, oder aber durch die direkte Angabe der Länge als Präfixlänge hinter der IP-Adresse. In einem Subnetzwerk haben alle Netzwerkschnittstellen den gleichen Netzteil und können sich gegenseitig erreichen, ohne einen Router passieren zu müssen. Innerhalb eines Subnetzes ist der Broadcast möglich. Dieser ist für verschiedene Funktionen und Protokolle im Netz wichtig. So benötigt das Autokonfigurationsprotokoll DHCP den Broadcast-Mechanismus, um zu funktionieren. Mit Hilfe von DHCP werden Adressen und andere Konfigurationsparameter an Hausts vergeben, die ohne das Zutun eines Users am Netz teilnehmen können, was insbesondere für mobile Endgeräte eine wichtige Funktion ist.